Da geht es das Warten so lange und da habe ich keinen Bock drauf. Seit wann ist es dann Turret, Freunde? Es ist auf jeden Fall nicht mehr da. Oh, kacke. Das habe ich jetzt auch ein bisschen provoziert. Hallo und herzlich willkommen zu Awards Quickplay. Und D.Va. Warum? Ich weiss es nicht. Einfach so, hab Bock. Wie immer eigentlich, ne? Es ist übrigens immer noch so, ne? Wenn ihr mal einen Held sehen wollt, den ich spielen soll. Einfach in die Kommentare damit. Ich werde dann spielen. Und versuche nicht zu kackig zu sein. Nicht zu allzu schlecht zu sein. Und deswegen. Ne? Einfach rein in die Kommentare damit. Wenn ihr denkt, Ich muss irgendwas, irgendjemand, irgendein spielen. Keine Ahnung. Warum auch immer. Ihr wollt einfach sehen, dass ich den spiele, wie ich den spiele. Aber rein da mit den Kommentaren. Auch allgemein. Kommentarschreiben. Immer nice. Hat wieder ein bisschen, wieder ein bisschen abgenommen. Das Kommentarschreiberlein. Wo ist sie? Da. Wow, aim, ne? Gutes aim. Muss man sagen. Tup, tup, tup. So, Freunde. Das fand ich nett. Merci. Ich krieg gar nicht zu viel rein. Kacke. Ich krieg zu viel Damage. Frist Damage. Diva. Frist Damage. Uh, da war ein Header. Ich hab fast wieder unten. Kacke, der trifft. Leider. Nein, der trifft. Uh, dankeschön. Dankeschön. Das ist ein guter Hanse. Aber aus irgendwelchen Gründen haben sie gedacht? Ne, ne, ne. Die gehen nicht auf den Punkt. Komm schon. Na. Komm schon. Stirb lieber. Ist sie tot? Ist sie ganz tot? Ja. Irgendwo ist ein Hanse. Oh, da hinten ist er. Schön. Jetzt kommt er von hier. Ja, ja, ja. Uh, sie sehen uns, Freunde. Der Soldier ist ein bisschen ein Problem da, dagegen mich, ne. Komm schon. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Contested. Ah. Ich hab bisschen contested. Weil. Geil. Ah gut, die Gegner sterben mehr. Wir haben eine gute, gute, gute Truppe. Wir haben eine sehr gute Truppe, werte Freunde. Aber sie nehmen den Punkt ein. Wir haben noch mehr Kills. Oh, sie. Okay, gut. Gut, gut, gut. Was geht ab? Was auch immer das jetzt gerade war, ne? Nice. Hi, Torbjörn. Ja, aber das ist ein Torbjörn, Freunde. Das kann hier nur besser werden. Bum, 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 bum. Ja. So, werte Freunde. Ich hab noch eine Woche Ferien. Und. Vielleicht stream. Stream ich mal. Wäre eine Idee. Schreibst du in den Kommentaren. Würde die überhaupt, ne? Ich hab dich schon ein paar Mal gestreamt. Gibt es Leute, die mich streamen sehen wollten? Ne? Das interessiert mich jetzt gerade mal. Wirklich. Und. Wenn ja, ne? Können wir immer auf Twitch folgen? Ich würde nur auf Twitch streamen, weil YouTube Streams sind so meh. Äh, ist nicht gerade so Hodi. Das ist das, was ich wollen würde, ne? Ah! Kacke. Komm schon! Der verlierst gleich nicht. D.Va? Ach, nee. Komm schon! Dankeschön. Warum? Hast du jetzt gerade deine Ulti ge... Geh, 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 dingens, Mercy? Warum? Hast du keine Bock auf die Ulti gehabt, oder wie? Es ist... Warum auch immer, ne? Ich hör was. Ich hör einer. Da. Ne. Moira kann man pushen. Hehehe. Nein, 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 nein. Oh, kacke. Okay. Ich möchte aber nicht so schnell gewinnen, sonst muss ich noch, noch mal ein Match suchen und es ist Mitte in der Nacht. Da fliegt man ja so, da geht's das Warten so lange und da hab ich keinen Bock drauf. Seit wann ist da ein Turret, Freunde? Es ist auf jeden Fall nicht mehr da. Oh, kacke. Das hab ich jetzt auch ein bisschen provoziert. Ja, nehmen sie den Punkt ein. Aber sie wechseln ja auch nicht. Das ist auch so strange, ne? Freunde. Wenn ihr schon keine... Krass, keine Chance habt, dann könnt ihr auch die Jar wechseln. Das wäre auf jeden Fall manchmal ziemlich gut und hilfreich, wenn ihr das tun würdet. Dann hättest du vielleicht auch eine Chance zu gewinnen. Na, was geht? Oh, kacke. Nein. Nein. Ja, jetzt haben sie den Punkt, oder? Ja. Ja. Wir haben Zeit, Freunde. Deswegen überlebt man das. Ich hab ne Ult. Es ist nur ein Punkt, dem meine Ult nicht so stark ist. Nerf dies. Cool. Was war das? Wir nehmen den Punkt wieder ein. Ne Vedo pusht, Mann, Freunde. Ganz einfach. Ein solcher vielleicht weniger. Und da haben wir gewonnen. Yay. Na gut, dann gibt's halt auch eine Runde heute. Mann, 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 Mann. Er kriegt nur Fähne. Das war da zwischen einfach... Bye. Aber gut. Ja, Genshi war gut. Ne? Kann man geben. Ja. Da hab ich doch noch raufgeballert. Da dachte er kurz, er hätte sie auch getötet. Auf jeden Fall. Lupox. Cool. Ich weiß gar nicht, mehr ist es bei euch noch? Das Event? Weil ich möchte die Zuckerfee noch kaufen. Kurz. Dann haben wir doch direkt. Weil ich weiss nicht mehr, wie lange das Event geht. Und bevor ich's vergesse, kommt nämlich die Zuckerfee noch freischalten. Zack. Weil ich's Geld hab. So. Und? Geht direkt los. Was ist los hier? Das ist nice. Da muss ich ja nicht mal schneiden. Ich wollte direkt den Cut-Moment aktivieren. Ah, die verbleibende Zeit. Nur ein Healer. Senjada. Das ist Senjada. Zack. Ich bin hier. Ich bin hier. Heile, heile Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Ich heile mal ein bisschen. Ich heile mal. Und es läuft gut. Und jetzt, irgendwie. Oh oh. It's fucking boosted. Ah. Nicht gut. Aber ist gut. Und Yorissa stirbt auch. Ich bin hier erst gejoint. Schauen wir mal. Warum liefen Leute übrigens, wenn sie am Gewinn sind. Das versteh ich nicht. Ich kann's verstehen, wenn er keinen Bock mehr hat, wenn man verliert, ne? Das kann man verstehen, so halbwegs. Das ist zwar asozial wie nix, wenn man das macht. tot, 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 tot. Was war denn das für ein Hammerdown? Komm schon. Tot. Oh mein Gott. Nee. So. Gut. Haben wir gut gemacht, Freunde. Da ist er schon fast down. Da ist er schon fast down, der Reinhard. Oh mein Gott. Ich muss ja auf nichts anderes warten, ne? Für meine Ult. Deswegen. Ich heile, ja. Mein Gott. bin ich schon voll am heilen. Ich muss mehr auf Kopf. Ich sterbe. Ja. Ich hab's gewusst. Ich hab ihn. Ich war gerade am Nase kratzen, deswegen wollte ich nicht reagieren. Das war wirklich nicht kratzen. Oh, meine beste taktische Entscheidung, dann an der Nase zu kratzen. Aber kann passieren, Freunde. Das kann doch passieren. Oh, mein Gott. Der Payload must be moved. Der Payload must be moved, Freunde. Tot. Tot, tot, tot. dieser fucking Junkie. Der Junkie, ne? Das kriegen wir doch hin. Freunde, das kriegen wir hin. Wir haben die bessere Comp. Also. Wir haben nur, okay, wir haben auch Doppelheal. Junkie, das ist nur gerade das Problem, ne? Loll. Okay, der Junkie ist tot. Oh. Waaat? Waaat? Wo war jetzt die... Die war... Was? Okay, die sind gut. Ne? Die haben Tricks drauf, die haben ein paar Tricks drauf, die leider gut sind. Hm. Komm schon. Doppelheal. Ich dachte, ich sei genug weit weg. Eeeh, Rhodey, heil dich, heil dich. Er lebt noch. Er lebt immer noch. Er ist tot. Nein. No. Ach, schade. Ach, Manno. Aber, war ein gutes Match. Also, das, was ich jetzt miterlebt habe, war gut. Warum haben wir die Orisa nicht mehr? Okay, letzten Sekunden, dann geht's. Der McCree war leider gut. Ne? Der hat halt alle gesehen von da. Alle. Das... Das war einfach so schlimm, ne? Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal wieder einschalten und... Gute Nacht. Tschaui. Bis zum nächsten Mal.